servus moin servus ich bin's wieder euer klofisch ich habe mich aus den tiefen der kanälesation zu euch gegeben ja ich bin klofisch ich mache jetzt youtube und ja ich werde jetzt immer youtube videos und tutorials hochladen weil ich viel weiß und das wissen möchte ich euch weitergeben und ja was gibt es noch zu sagen also dieser kanal hier das ist ungenannt ich hieß vorher anders und ja der kanal hier hat schon 20 abonnenten und ja deswegen ja schon 20 abonnenten das ist ganz schön viel so und deswegen möchte ich auch möchte ich mich noch eigentlich bedanken aber den kanal hier habe ich schon ein bisschen länger deswegen weiß ich nicht ob ihr alle noch aktiv seid ja was kann ich noch so zu mir sagen ich bin 21 jahre alt ja meine hobbys sind zocken also ich spiele immer fortner da könnt ihr mich auch hätten fragt mich einfach wie ich heiße ja ich spiele es an einem gaming pc ja mein hobby ist mit freunden rausgehen aber mein bester freund ist gerade krank deswegen gehe ich eigentlich nicht mehr raus sondern bin nur im zocken und ja und ich habe eine freundin und die ist auch hier und die kann ich euch jetzt vorstellen ja hier ist meine freundin wie man sehen kann bleibt ihr da ein bisschen die luft weg und deswegen wollen wir jetzt mal warten bis sie sich beruhigt hat so jetzt hat sie sich wieder ein bisschen beruhigt und das ist wieder besser und ja sie ist immer noch bisschen schüchtern deswegen sagt sie nicht so viel aber ihr kennt sie vielleicht von einem anderen youtube kanal weil sie hat auch einen aber da macht sie nicht mehr so viel videos sie hat sich eher ein bisschen auf musik konzentriert und ja also die macht er jetzt nicht mehr viel videos deswegen vielleicht kennt ihr den namen aber ich glaube er nicht und ja deswegen er selbst hier ein bisschen hübsch gemacht und ja man sieht sie ist halt auch wie ich 21 und hat auch schon ein paar tattoos ich jetzt noch nicht aber ja und ja hier sieht man auch noch ein meine ex freundin die kommt ein bisschen neidisch das ist tuffini und ja ich glaube jetzt habe ich auch genug gesagt und vielleicht sehen wir uns in einem neuen video dann auf youtube auf diesem kanal klofisch bis dann